Willkommen im wunderschönen Bondstetten. Heute zeige ich euch hier eine atemberaubende 4,5-Zimmer-Aptika-Wohnung. Können wir schauen. Wie ihr seht, ist die Wohnung topmodern, offen, hell und hat 150 Quadratmeter Wohnfläche. Dazu kommen zwei grosse Terrassen. Wie ihr seht, ist eine Hammer-Terrasse mit einer grossartigen Aussicht. Während wir jetzt alles anschauen, genieße ich hier schon mal die Zunge. Ich bin mir sicher, dass diese Wohnung auch euch restlos begeistert hat. Deuten Sie mir an, Jan Keifer, Ihre Immobilie.